So, und hier sind wir wieder in den Tiefen von Agnero, keine Ahnung, wo sind wir, ähm, hier, genau. Und da geht es noch ein bisschen runter, wie ich gerade festgestellt habe, weil ich gerade erst wieder spiele und, ähm, äh, 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 wir mussten nach links, genau. Ich glaube, wir hatten einen ganz zufälligen Speicherpunkt übrigens gefunden. Wow. Puh. Okay. Okay. Wir aktivieren nochmal das Licht, weiß das irgendjemand. Ah, mit F. Okay. Da war wieder so eine Hand. Ach so, ne, hier geht es nach unten, das will ich aber gar nicht. Oh, okay. Okay, ich hatte Angst, sorry. Oh, oh, scheiße, was ist das? Okay, es zieht mir nicht ganz so viel Leben ab. Okay. Okay, ich feiere gerade meine Krallenangriffe. Oh mein Gott, wie ich sie zerbashed habe. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ein bisschen. Okay. Okay, okay. Oh, mein fucking goodness. Jetzt hört er aber auf. Nein, ich bin kurz vorm sterben. Okay, ich bin kurz vorm draufgehen übrigens. Aua. Du bringst ihn nach oben, das ist gut. Ich würde mich gerne nochmal kurz zum Speicherpunkt mich heilen. Yeay. Okay, 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 okay. Ne, ist gut, jetzt ist auch. Oh, was ist das? Das sieht extrem badass aus. Okay, und es hat mich stark vergiftet. Ich wiederhole stark vergiftet, okay. Okay, aber es gibt mir auch Leben. Ja. Bäh. Oh. Arsch. Tiki. Oh, geil. Was fühlst du von mir, Tiki? Wack mich wieder auf. Die Schmerz, die du fühlst. 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 Okay. Aber ich fühlst, dass es dich beschäftigt. Ich könnte dir helfen, dich zu über die Schmerz. In exchange of some energy. Was sagst du? Das ist nicht so. Okay. Aber das ist schon mal geil, weil ich glaube, dann kriegen wir keine Angst mehr im Dunkeln. Ich will überhaupten, dass es Vorteile hat. Wie? Wie ist es? Wie ist es? iu- Was? Wie ist es? Wie? 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 Yippie! Oh mein Gott, warum mach ich gerade so wenig rede? Ich weiß es doch auch nicht. Und dann sind wir jetzt hier oben und das ist so eine Scheiße und ich hasse euch! Hände! Ihr seid einfach voll böse! Okay, mittlerweile schon wenig Probleme mit euch zu haben. Leute! Äh, was? Was ist das? Angie! Ich brauche dich! Ja, okay! Ich muss die Kombo raushauen, aber das geht nicht! Oh mein Gott! Was ist ein Probe? Okay. Nee, was ist denn da oben? Kumpel! Was ist denn da oben? Ich bin so verwirrt von dieser Höhle, denn die ist so fucking fett! Okay, jetzt dieses explodierende Vieh! Aber mein lieber Freund, du bist einfach nur verrückt! So, okay! So, okay! Yeah! Okay, der Gryffindel ist einfach nur geil! So, okay! Wo bin ich eigentlich mit der Weile? Wo bin ich eigentlich mit der Weile? Ach so, ich bin wieder hier gelandet! Okay! Äh, da kann man auch noch hoch! Da ist wieder zurück! Sprinte! Ich würde kurz ausdauern, weil das Gleiten könnte kurzweilig lebendrettend sein! Okay! Woah! Verrake bitte! Vielen Dank dafür! Ich muss jetzt einfach jedes Monster zerbashen, damit ich diese 2000 Punkte zusammenkriege! Aua! Dieser Matsch ist so eine Bitch! Oh! Ne Chance! Wo? Okay! Ich bin noch nicht da! So! Oh! Hier sind Punkte! Woah! Okay! Yeah! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Aber da genau! Okay, okay! Ich muss noch weiter nach links! Bitte! Hier! Hier ist einfach nur oben! Und dann habe ich noch was entdeckt! Ahhhh.. Ahhhh... Wow! Dann haben wir auch was entdeckt! Ne, ich checke es nicht. Ich checke es doch ein... Wow! Ne, 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 ne. So läuft das hier aber nicht mit dem Viral Sack. Ja, da unten kommen wir aber auch nicht wirklich weiter. Ich muss aber... Da kann ich noch nach rechts. Was ist das für ein gruseliges Geräusch? Ich will überhaupt nicht. Ach so, das hieß das. Ich vergifte dich übrigens gerne. Schlangenvieh. Okay. Aua, okay. Leider bin ich dir in Komma schlechthin. Liebes, gruseliges, creepy Schlangenvieh. Oder was immer du sein tust, magst. Du bist einfach nur ster... Wow! Schmerzen. Schmerzen. Oh mein Gott, was mach ich hier eigentlich? Das ist doch einfach nur krank. Aua, du bist doch scheiße. Okay. Ja, das Mädel hätte bei den Händen jetzt wahrscheinlich ziemliche Probleme. Weil, die Stärke sind ja die Schüsse und wenn du keine Schüsse mehr machen kannst, ist es scheiße. Wow! Hätte nicht gedacht, dass du so nachgejumpst kommst, mein Lieber. Oh, nicht in der Lage zu schlagen. Okay. Okay. Hier wird leider jetzt fast die Hälfte. Okay. So. Ich will einmal Stamina heilen, weil sonst wird das hier nix. Sonst kriege ich hier nix auf Reihe. Weil hier ist ein ganz dickes Vieh, das habe ich gerade schon gesehen. Und ihr seid ganz tolle Biese. Biese, genau. Die sind ganz Biese, die Viecher. Ganz, ganz, ganz Biese. Oh. Oh. Oh, ja, 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 ja. Genau sowas will ich haben. Kommt alle zu mir. Okay. Das war nett. Dann. Aua. Nee. Noch will ich nicht ohne. Oh, oh, da bin ich ja ausgewichen. Sorry, Bro. Nee, hier ist weiter nichts eigentlich. Also dieses Handviel. Oder als was immer ich euch bezeichnen soll. Aber haben wir hier sonst noch irgendwas jetzt? Ah, ja. Sieht gut aus. Ah. Hi. Sieht anscheinend respawn. Wow, 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 wow. Der will seinen Freund rächen. Hat aber nicht geschafft. So, du bist jetzt leider ein Pro. Hunter. Der ist ein Handhunter. Ha. 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 Ich habe Angst, dass die Blasele wieder downgejumpt kommt, aber es geht mir jetzt einfach am Popyrchen vorbei. Und da ein Speichepunkt ist, weiß ich nicht, wie nah der nächste ist. Eieieiei. Ich verpinkel mich immer ganz schnell. Oh Gott, ey. Ich muss ganz schnell kurz zum Speicherplatz. Nein! Ihr fickigen Fickhasen von Schlammhausen. Keine Ahnung, wie er euch nennen soll. So Matschbomben, ey. So. Kommt alle zu mir, meine 1800 Punkte. Na na. Na 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 na. So, jetzt akkomme ich noch einmal kurz diese Hände hier. Neu. Hätte ich gern gehabt. Mach das Schwumpenring richtig auf. So. Einmal okay. Das sind jetzt nur so ein paar 70 Pünktchen. Ja, komm. Scheiße. Na 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 na. Ich habe Spaß. Ich habe Spaß und habe drei EP bekommen bis jetzt. uelens. Lass mich auch本 virtualen. Ja. Nou. R Tensor Wasser ist wohl so eine� necessität. Die Hand. Wir sparen einfach direkt neben mir. Du bist ein bisschen gestorben Aus einem Novo Oh je, ich hab die 2.000 Punkte Also auf zum Tiki, Leute Nachdem wir gespeichert haben So Du bist so creepy, Alter Du bist so creepy, Alter Du bist so creepy, ich will ganz schnell zum Tiki Yep Sankt, sag, if your ancestral light Meditates shine in the darkness When all other light will be off You have just heard the light evolution A small light will constantly illuminate you And you will no more suffer or stress in darkness That is good Also haben wir jetzt immer so ein bisschen Licht im Astrum, oder? Wie läuft das? Und tschüss, Kumpel Wo geht's hier raus? Hier nicht Ich werde gleich sterben Ich bin gestorben Aber ich hatte ja eh nicht mehr viele Punkte Deswegen werden wir jetzt einfach erstmal das Recht jetzt erkunden Genau, so ein bisschen Licht haben wir jetzt halt immer Deswegen wir dann nicht gestresst sind Aber damit sehen wir jetzt halt einfach mehr Mit dem F-Licht, also dem Licht Was wir eingesammelt haben Sehen wir halt einfach mehr Und genau Aber auf jeden Fall ein neuer Tiki Eine neue Kraft Ist schon mal Nicht schlecht Das heißt, wenn ich Ich kann jetzt einfach mehr auf Ausdauer setzen Weil wenn's dunkel wird Verrecke ich nicht sofort Ja genau, bring mich mal weiter runter Okay, du gehst Okay, der rote Pilz ist extrem scary So Achso, okay Der geht jetzt nicht weiter Aber hier geht's weiter Das ist so Okay, dazu muss ich jetzt gar nichts sagen, oder? Okay Oh, damn Okay 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 So Geht es doch einfach mal voran Ohne Problemchen Na 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 Da ist schon wieder ne Hand Da 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 Der grüne Pilz gefällt mir irgendwie nicht Okay, aber hier ist nichts außer der rote Keine Ahnung, wie ich zuerst nach oben oder nach unten Was sagt denn die Karte? Oh, wir bewegen uns immer auf den Extraktorraum zu Das ist ja unbelievable Warum tun wir sowas widerliches? Oh, schon wieder so einer Okay, der Rauch vergiftet mich anscheinend Wieso leuchtet da irgendwas? Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug Weil da eigentlich ein Pilz wäre Da ist noch so viel Scheiße Und die sind extrem Aua Die sind einfach nur Aua Okay Skills Ich bin anscheinend gerade gestorben Fuck Okay Nein Damn Und der Part endet Okay, das wird ziemlich witzig Der Part endet eigentlich gleich Aber auf die Punkte muss ich gestehen Äh Also auf die Punkte wäre ja doch noch scharf Was? Was machst du, Mr. Gripnail? Ah, das war ein liener Punkt Oh mein Gott Ich habe gerade tausend Punkte bekommen Übrigens Ich habe gerade tausend Punkte für nichts bekommen Einfach so Und das hier ein Wegstoßen nervt ein bisschen Ich will da nur eben meine Punkte einsammeln Auch wenn da links, rechts neben mir direkt einfach in der Hand ist Aber ich gebe keinen Fick auf dich Oh Gott Ne, ne Ich ignoriere dich einfach mal gepflegt Okay, wo lang muss ich Rechts An den Monstern vorbei So Dann habe ich ziemlich wenig Leben Und jetzt diese Vipern Okay, aber die Viecher sind dann schon immer noch tot Das ist gut Okay, dann Würde ich den Part jetzt aber noch nicht direkt beenden Ich würde gerne etwas updaten Das Licht haben wir voll geupdatet Ja, den heißt die Die würde ich schon gerne höher pushen Weil der ziemlich geil ist Muss ich doch gestehen Ah, der kostet zur Fehl Skills, please Mehr Leben kann nicht schaden, Kumpels So, haben wir jetzt auf 10 Können wir dich noch? Können wir dich noch? Können wir? Ne, okay So Und diesen Part beende ich dann hier schon mal Geht dann im nächsten Part hier unten weiter Bis dahin Euer Virensack Ciao, ciao